Ja. Hallo. 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 Was machen die zwei? Na Xan, schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich meine, ich liebe mich. Aber Medium war ich auch noch nie, Xan. Also das ist nur ein Ziel. Wie sie wieder zurückcreepen die zwei. Okay, wir stellen sich jetzt ein. Xan, oben hin. Das ist ein Putt, Paul. Xan, du musst dich nach oben stellen. Xan, du stehst nicht mittig. Ja, das ist furchtbar. Das kann man nicht so lassen. Ja, besser. Ich will auch mitmachen. Was ist da los? Das ist ein Anstall mit mir. Ich kämp' gegen Paul. Ja, ja. Achso. Ich dachte, dass wir Kuppen pissen, den Brunnen. Ja, guter Weg wieder. Achso. Ja, na. Kuppen pissen. Ich will auch Kuppen pissen. Die Hose. Die Hose. Du musst dich immer anders herum stellen, Schatz. Ich hab der Baume. Was? Schnell weg. Das war grad so gut. Mal eine Sekunde gehört. Wer hat die Bombe? Patrick hat's überlebt, okay? Schnell ausgestorben. Aber das war ne schöne Szene. Also. Ich bin zurück. Ich hab extra noch gerufen. Ich hab extra noch gerufen. Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe. Ich hab die Zeit gelassen, zu weglaufen. Und die, was nicht weglaufen ist, haben sie bekommen dann. Ich hab die Bombe. 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 Okay. Aber. Hast du noch irgendwen getroffen da um die Ecken, zwischen dem, dass du weglaufen bist von uns und wieder zurückkommor bist oder nicht? Nein. Nein. Sex. Okay. Paul ist dann schon mal safe, weil er ist bei mir in der Richtung lang gelaufen. Da war Sun noch dabei. Cella war dabei. Trax und ich. Trax. Ja, aber ich weiß nicht, wer mit Glema, der war ja auch kurz da. Er stand kurz im Brunnen bei uns. Ja, er war kurz bei uns, ja. Ja, und die Wahrscheinlichkeit wäre das dann so niedrig. Du bist neben ihm gestanden, Daniel, oder? Nein, nein. Vorbei, ich war nicht lang. Ich war kurz da abgefragt, was macht ihr da? Und dann bin ich weitergegangen. Genau. Und dann war ich auf die Ecke und angefangen zu ticken. Wer hast du da vorgetroffen, Patrick? Davor. Xera. Ja, ich war beim Amarillo. Ich war mit Amarillo zusammen. Ja, aber dafür war es zu lang bei uns. Aber ich muss auch dazu sagen, Xera war zu weit weg. Ich habe sie nur rufen gehört, an der Partie, und das war's. Also ich würde behaupten, Xera war zu weit weg von mir. Aber bei wem bist du denn herangegangen? Ich glaube, bei Daniel war es da zurecht. Nicht nur bei mir, bei allen, außer bei Paul. Bei allen, außer bei Paul. Paul war auf der anderen Seite. Okay. Bin safe. Haha. Noch. 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 Ich würde behaupten, Paul. Ich glaube, Sun ist so ruhig wie er ist. Oder Trax. Oh, nun. Trax. Nein, nein, nein. Stopp, stopp. Fangen wir nicht wieder so an. Nein, nein, nein. Und Daniel anglaufen. So. Das ist meine Sicht der Dinge. Besser verstehe ich gerade alles nicht. So ganz. Ja. Da seid... Hä? Seid ihr gerade oben gestartet? So am Flur oben? Nein. Hier. Ich bin da gestartet. Ja manchmal. Ich bin da gestartet. Ich bin da gestartet. Ich bin da gestartet. Ich bin da gestartet. Und ich hier mit Xera. Alles gut. Na, das gibt es öfters. Ich glaube, das ist... Da steht der Charakter nach dort, wo er... Xan, ich renn mit dir mit, falls du die Bombe gibst. Ich geb sie dir zurück. Ich sag's mal. Schnell renn. Das ist Daniel, der hat die Bombe. War das wirklich? Ich denk dich. Ja, es war eben. Es geht wieder um irgendwo. Explodiert wirklich gleich wer? Ja. Ich weiß schon. Was ich denn eigentlich noch bin? Asra ja verfolgt uns. Der hatte ich in den Auge. Der deckt's wieder hier oben. Ich würde gerne Pakete ausliefern. Tja, leider bin ich's nicht. Ich wär's gerne, aber... Wollte nicht. Noch nicht. Ha. Komm zu mir dann. Sag mir dann einfach Bescheid. Sag einfach, du hast ein Paket für mich. Ha. Dann werd ich dir einfach mal auszahlen. Sieht eigentlich sowas nötig. Ne, wir reden nicht, aber ich hab' ich doppelt beide. Das ist deine Chance. Dein Taubensieg. Ja, warte. Ich geb's geklärt. So, Xerat. Amarillo ist böse. Der was? Ja, Amarillo ist böse. Was hast du grad gesagt? Was haben sie grad gesagt? Amarillo ist weg doch. Der Sheriff muss empfehlen. Dann soll Amarillo jetzt beweisen, dass er Wechter ist und Paolo umbringen. Ja, warte mal. Ich muss mir ganz... Du bist trickst. Jetzt passiert passiert. Das anspringen. Das anspringen, ne? Ich warte. Das kann ich stark anspringen, ja. Ich bin schon im Mindset. Äh... Da muss ich anspringen. Äh... Wait, warte mal. Xan? Hä? Woher weiß... Woher weiß Anti, wie mein Ingame-Name grad ist? Oh Mann ey! Ah Jakob, du musst Paul aufmachen. Ich dachte, du redest nicht. Ich glaub, die... Die dürfen nicht reden, glaub ich. Wer darf nicht reden? Ja, ich glaub Daniel und Miklema und Paul dürfen nicht reden. Haben sie gesagt. Ich hör mich aber doppelt bei ihnen. Deshalb weiß ich, dass sie reden könnten. Das ist so ne Disco... Lass mich raten, Discord. 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 Lass mich kurz noch was fragen. Was? Wer macht ein Meeting kurz bevor ich das Licht repariert hab? Na Patrick. Der Imposter. Der Patrick. Der wird jetzt rausquotet. Nee, das... Patrick. Also das ist entweder Asriel oder Amaryllu. Einfach den Bahn hauen wir raus. Nein, ich hau jetzt Patrick raus. Der hat das Meeting kurz. Was willst du? Ich glaub, der Daniel... Ich hab irgendwie schon das Gefühl... Paul hat... Nein, ich kann's ja nicht gewesen sein. Ich kann mir ja selbst nicht die Bombe geben. Doch. Nee, ich... Ich war nicht mal in der Nähe, du Paul. Wer hat die Bombe jetzt gerade eigentlich? Das ist schon wieder so ein Random-Vote. Nicht in der Nähe, steht ein Meter über mir. Wer hat die Bombe gerade? Ich hab dich nicht mal gesehen. Was laberst du denn? Du hast mich angesprochen. Du bist so... Ey, du bist so... Du bist so ein Toll, ne? Oh, Daniel. Dodo. Ja, Dodo win. I know.